Hey zusammen, die Feiertage sind jetzt angebrochen. Heute ist Heiligabend. Wir wollen die Gunst der Stunde nochmal nutzen, um uns ganz herzlich bei euch bedanken für die tatkräftige Unterstützung dieses Jahr. Über 1000 Likes in den letzten sechs Monaten. Ja, in diesem Sinne auch von mir nochmal ein dickes Dankeschön. Und ja, frohe Feiertage auch von uns nochmal. Lasst euch reichlich beschenken jetzt in den Weihnachtstagen. Am besten natürlich Deckel. Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit vor dieses Jahr. Eigentlich war es ja laut unseren Jahresrückblick schon abgeschlossen diese Saison, aber aufgrund dieser ansteigenden Wasser- und Lufttemperaturen in den letzten Tagen wagen wir sehr wahrscheinlich doch nochmal eine Session zwischen Weihnachten und Neujahr. Sollten wir oder solltet ihr von uns in diesem Jahr nichts mehr hören, wünschen wir euch auf jeden Fall nochmal schöne Feiertage, wie gesagt. Und ansonsten am 31. nochmal guten Rutsch. Wir sehen uns letztes Jahr in alter Frische. Bis dahin. Bleibt leid. Bleibt leid.